Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wettok Gamble. Heute ist Montag und ich spiele Mech Arena. Bisschen spät, weil ich bin erst vor 2 Stunden, fast 3 Stunden erst nach Hause gekommen. Also, dann bringen wir mal los. Spielen 3 Runden Mech Arena. Ich glaube, Konflikt, oder? Habe ich hier irgendwo noch eine Quest übrig? Mal einmal kurz durchschauen, was wir hier machen können. Schaden, Töte, Verdiene. Ja, wir können auch da spielen. Was haben wir da? Die beiden habe ich nicht, die Waffen. Beine ich zumindest. Der läuft noch einen Tag. Verbessere Level. Verbessere Melch. Nutze 100. Die werde ich bestimmt gleich benutzen. Verbessere beliebige Implantate. Zweimal. Episch. Legendär. Einmal. Verbessere den Rang eines Melchs. Also, die könnte ich auch schnell machen. Oh, dann schauen wir mal schnell nach. Ach ja. Haben wir hier ein... Episch. Verbessern. Verbessern. Okay. Die eine Quest ist schon mal fertig. Habe ich nicht. Habe ich hier ein legendärer drin? Nein. Hier was legendäres drin? Nein. Aber hier. Da ist legendär drin. Auch nicht. Hier? Auch nicht. Warte mal. Warte mal. Mach mal was. Ganz einfach. Äh. Reichweite. Reichweite ändern. Da ist doch legendär drin. So. Mach mal so. Okay. So. Dann haben wir die beim Quest auch schon mal fertig. Oh. Zwei Kisten gibt es hierzu. Supi. Okay. Was für die Quest haben wir noch hier? Die wir schnell abschließen können. Das geht drei Wochen, vier Tage noch. Also eigentlich nur das hier. Dann spiele ich zwei gegen zwei. Viel Spaß. Okay. Es geht los. Wir fangen mit denen hier an. Mit denen eigentlich? Ach. Dann nehmen wir noch. Dann nehmen uns einen Moment. Und dann legen wir uns einen Moment. Dann nehmen uns den Moment. Dann nehmen wir meinen Abschluss mehr. SCH Dann nehmen wir die neuen Abschluss. Ah, scheiße. Okay, der ist da. Ey. Ich war ja doch schon dahinter. Okay. 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 Oh, nein. Okay. Okay. Hm. Wenn wir mit dem aufgehört, machen wir mit dem weiter. Dann machen wir das gleich nochmal. Okay. 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 Wir sind wieder hier oben. Okay. 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 Puas zu sagen. Okay. Soll ich noch nicht sehen. Das war's. Okay, wir liegen am Gewinn. Knappe Kiste, aber wir liegen am Gewinn. Oh, meinst du da vorne, Junge? Wir liegen vorne. Ja, Sieg. War nicht das Beste gespielt, aber... Immerhin am VB. Der Zweite. Gut, schauen Sie die Bewertung an. Ein Goldmedaill. Juhu. Geht noch eine. Mal fahren. Ja. Und? Ich war nicht der Schlechteste. Er war schlechter und er war auch schlechter. Also, ich war der Zweibeste. Gut, dann will ich mal sagen, geht's weiter mit der nächsten Runde. Viel Spaß. So, die zweite Runde geht los. Wenn ich mich manchmal so ein bisschen abgehackt anhören soll. Ich hab den gar nicht gespielt gehabt, aber ich muss dreimal mit dem spielen. Ach Mensch. Wenn ich mich manchmal so ein bisschen abgehackt anhöre, ist es, weil ich hab ja hier den Dezibel-Ding ins Trin, sprich, dass wenn ich zu leise rede, Wenn ich zu leise rede, kommt der Zauk nicht richtig rüber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Eine, nein, vielleicht bin ich, meine Üben. 에? Das war so süß. Ich kriege gar keinen Schaden. Hm. Was ist das für eine... Jetzt kriegt er Schaden. Weil da dran ist, kann er nichts machen. Ha! Zubi. Ähm, jetzt nehmen wir den hier. Weil mit dem haben wir schon aufgehört. Oh, shit. Zubi. WKO. So, mir geht es ja. WKO. 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 Kills? Habe ich so viel gemacht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja... Aber Kills? Egal. Gut, dann würde ich mal sagen, geht es weiter mit der nächsten Runde. Viel Spaß, stattdurch an. Bleibt dabei. Und die letzte Runde, 2 gegen 2 für heute. Und da muss ich gleich schlafen gehen, denn ich muss wieder ins Bett. Nachtschicht. Nachtschicht. Ich werde gleich noch schnell drei Wattelrund spielen, damit ich hier die Dingens hier fertig habe. Geht fest. Nachtschicht. Nachtschicht. Deine Tr interestingly. Nachtschicht. Soldat Herr Tkse. Am Untertitelung. BR 2018 Okay, Hacker. Ich wusste noch, dass das so ein Hacker war. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber ich spiele mal mit denen hier. Ah, nicht ganz kaputt. Okay, Trey, Trey. Okay, okay, okay. Okay, den haben wir gerade schon gehabt. Ich kann eigentlich wieder aufs Dach springen. Okay, Stunt. Okay. Waffe. Oh, she's dying. Ah. Da ist wieder ein Modus hier. Okay, ich nehm den anderen. Der bringt mir nichts. Nur den. Der bringt mir nichts. Nee, 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 nee. Okay. 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 Nein, 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 nein. Scheiße. Ja. Ich glaube nicht. Sehr gut. Dann bleibt es beim Unentschieden. Unentschieden. Zwei Siege, ein Unentschieden. Gutes Ergebnis. Ich bin nicht der Beste. Ich habe auch nicht die beste Mächt, auch nicht die beste Waffen. Aber der Sinn des Spiels ist, es macht Spaß. Oder? Ja. Also dann. Viel Spaß. Achso. Erstmal schon noch Ergebnisse an. Ich bin bestimmt der Schlechteste. Oder Zweitschlechteste. Hi Kids. Zweitschlechteste. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du aber nichts mehr dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.